Ich bin Vivian Zeller aus Berlin und ich spiele Geige, ich spiele Tanzmusik und spiele in verschiedenen Bands, zum Beispiel mal Brug oder Trattöchter. Bin besonders spezialisiert auf traditionelle Musik aus Deutschland und da forsche ich auch jede Menge, sitze in den Archiven und suche neue Handschriften von Musikern aus Deutschland aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert oder auch früher und habe einiges ganz Tolles, Schönes gefunden, zum Beispiel die alten Tänzer aus Vorpommern und Rügen, die besonders auf den Dörfern getanzt wurden und vieles, vieles andere mehr, unter anderem auch die bekannte Dahlhof-Sammlung. Ich möchte gerne diese wunderbaren Chats mit euch teilen, also habe ich mich entschlossen, einmal die Woche, immer am Mittwoch von 19.00 Uhr bis 20.15 Uhr einen Skype-Gruppen-Chat zu starten, wo ich euch Stücke beibringe. Im Hintergrund hört ihr schon, wie solche Musik klingen kann, denn die Musik aus den deutschen Handschriften ist ganz, ganz wunderschön. Da gibt es ganz tolle Sachen und die schönsten Sachen will ich euch gerne beibringen. Und es geht dabei nicht nur um das Repertoire, sondern auch um, wie spiele ich das, wo sind die Betonungen, worauf muss ich achten, wenn ich zum Tanz spiele und wenn ich eine Begleitung spiele, worauf kommt es an. Das ist alles Thema jeder dieser Stunden und jede Stunde hat ein besonderes Thema, also einen besonderen Tanz als Fokus, zum Beispiel Schottisch, Spalz, Amazurka, Lustig, Bigger, Echo Season, Kontratänze, alles, alles, alles Mögliche. Jede Stunde und 15 Minuten kostet 15 Euro. Ich werde nach Gehör unterrichten, immer Stückchen für Stückchen euch vorspielen und ihr spielt nach und am Ende bekommt ihr aber die Noten dazu und es gibt auch eine Aufnahme von mir, wie ich das spiele. An welchem Termin, welche Themen dran sind, das findet ihr auf meiner Webseite www.vivienzeller.de. Also ich hoffe sehr, euch zu sehen und dass ihr Spaß habt, mit mir zusammen die Schätze aus den deutschen Handschriften zu durchstöbern.